herzlich willkommen zu einem neuen vlog wir sind heute unterwegs mit dem unimax sind auf einen berg gefahren in den nationalpark ja ich zeige euch jetzt ein paar aufschnitte das sind die unimax umgebaut mit zwölf sitzen ziemlich wilde fahrt gewesen aber wie gesagt ich zeige euch jetzt die ausschnitte und ich wünsche viel spaß so so Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir circa 10 Minuten gewandert und sind mitten in dem Volumen. Es soll ein Bunker gewesen sein vom Zweiten Weltkrieg, aber wo das hinschät, weiß ich nicht. Es ist circa 1300 Meter vom Meer entfernt. Jetzt sind wir angekommen, wo wir hinwollten. Das ist die Aussicht. Einfach genießen. Richtig lohnenswert hier hinzukommen. Dort unten ist der Hafen von Makaskar. Sehr schönes Gebiege hier, wuterschön. Da geht es ziemlich weit nach unten. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Es ist ein gutes Baby. Es ist ein kleines Baby. Das war es, es ist ein kleines Baby. Ich habe eine gute Idee. Wir haben eine gute Idee. Wir haben eine gute Idee. Wir sind eine gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Wir haben einen kleinen Röder. Wir haben einen kleinen Röder. Wir haben einen Kuchen. Da gibt es einfach Wildpferde. Wahnsinn. So gierig wie du. Guck mal, das ist fett. Das ist aber schön. Wahnsinn. Danke schön. So, wir sind wieder zurück. Der Ausflug war 10 vor 10. Wir haben bezahlt 70 Euro pro Person. Wir waren von 2 Uhr bis jetzt kurz vor 6 unterwegs. Coole Ausflug genossen. Coole Fotos gemacht. Geile Experience mit dem Unimog. Die Straße raufzufahren. Lustige Fahrt. Landstatt bekommen. Wildpferde gesehen. Wildkühe gesehen. Was will man mehr. Ich danke euch fürs Einschalten. Und wenn ihr weitere Vlogs nicht verpassen wollt. Abonniert, liked und kommentiert. Und wir sehen uns.